Mein Heizungstechniker hat mir gesagt, also sie brauchen jetzt mal eine neue Gastherme und natürlich wollte ich keine neue Gastherme einbauen, weil ja, heute wissen wir alle, wir hängen von Putins Gas ab, aber Gas ist einfach auch klimaschädlich. Da ich die Heizungsanlage ohnehin ersetzen musste, habe ich mich für eine Wärmepumpe entschieden, zumal ich ohnehin schon Photovoltaik auf meinem Dach habe und damit den Solarstrom dann auch in der Wärmepumpe einsetzen kann. Herkömmlicherweise werden die sogenannten F-Gase als Kältemittel eingesetzt, die sind aber sehr klimaschädlich, wenn sie in die Atmosphäre entweichen. Bei der Herstellung, bei der Entsorgung der Anlagen zum Beispiel und von daher nutze ich hier das natürliche Kältemittel Propan, was eben nicht klimaschädlich ist. und der Wärmepumpe einsetzen können. Untertitelung des ZDF, 2020